ich aussehen e-scharf die Becker drunter das ist es sehr gut okay so ich bin auch gerade starb hier so mit da so. Da habe ich noch gerade hier Neues drauf. Und dann gehe ich mal Bäume fällen. Da, da, da. Die Axt raus. Und dafür gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter weg. Damit nämlich hier, weil hier in meiner Gegend soll ja eigentlich viel weit sein, wo das hier jetzt immer noch auch mal ein Gegend ist, sozusagen. Hier überall Gravel. Das ist schlimm. Was geht hier? Hier wird mir, viel, hier wird jetzt perfekt eine Ruine hinpassen. Hier, das ist, oh. Da haben sie die Schafe vermessen. Oh, das gibt verdammt viel Wolle. Also, ja, Popo, Platsche. Da, 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 da. Was ist denn das? Haha. Cooler Bug. Hehe. Witzig. Ich will jetzt mal Kaktus holen. Keine Ahnung, warum. Und ich gehe Kühe schlachten. Okay. So. Gut. Ähm, den Kaktus da vorne hole ich mir jetzt. Ähm. Da ist wahrscheinlich eine Höhle. Ja. Ja. Mhm. Wo ich jetzt aber nicht reingehen werde. Ähm, hier ist auch wieder Eingang, also so ein Loch. Die sind manchmal richtig übel, die Löcher. Da fällst du rein, dann ist, wie hier, ist dann schnell rum. Äh. Das macht mir Angst. Hm, verdammt, knapp, würde ich mal sagen, oder? Also, wenn du da jetzt runterfällst, dann kannst du... Verdammt. Dann kannst du Gute Nacht sagen. So. Ähm, ja, eigentlich wollte ich Bäume fällen, ne? Ja, bei so kleinen Bäumen brauche ich das nicht. Aber da könnte ich... Oh, jetzt wird es schon wieder dunkel, ey. Wie war also Schlagklüche so riesig? Ähm... Okay, der könnte knapp werden, der da, der Abend. Wohl, ne, eher nicht so. 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 So, dann geht's hier noch. So, da hier ist die Kraweeeküste. Macht Spaß. Pack ich bis zum Haus. Scheiße, der ging aus Haus oder? Nee, das ziehe ich jetzt nicht ein, dass ich das nicht mehr bekomme. Das... Was? Äh, äh. Gegenüber das Haus. Auch nicht schlecht. Ja, ganz ruhig. Die Zombies kommen, ja. Tschüss, zu und... Äh, so. Was ist los? Was geht? Hallo? So. Ähm. Okay. Ja. Wut? Nee, was? Das war gerade ein bisschen doof. So, jetzt kann ich mir gerade noch mein letztes Rüstungsstück machen. Äh, die gehen aber dann schnell kaputt, die Rüstungsteile. Von dem... Also aus Leder. Okay. Deswegen... Äh... Ja, deswegen halt, ne? So. Äh, okay, was habe ich noch zum Ablegen? Hier. Leder. Ja, toll, jetzt wollte ich eigentlich die Setzlinge ja aufsammeln, ne? Eigentlich der Hauptgrund, warum ich Bäume fällen war. Tja. Ähm, ich glaube, ich baue mal jetzt heute, äh, nachher wieder, äh, ein größeres Haus. Das hier ist jetzt nur so ein Schlafhaus und dann muss man auch einen Ort suchen gehen, wo ich mein neues Schlafhaus hinbaue. So, aber das mache ich dann erst in der nächsten Folge. Ähm... Ja, das mache ich erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann... Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, wieder, ja, gut 40 Minuten aufgenommen, glaube ich mal. Ich weiß es überhaupt nicht. Ja, ähm, ich werde jetzt mal wieder, äh, die Aufnahme beenden, pausieren, wann auch immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's play Minecraft. Ähm, ciao.